Zum achten Mal in Folge drei Punkte lautet die Zielsetzung 24 Zähler nach acht Spieltagen. So viel hat kein Profi-Klub in Deutschland. Und damit herzlich willkommen zur Sportarena an diesem verregneten Samstag. Ja, bevor wir das Derby als saarländischen Leckerbissen dieser Saison auf die Karte setzen, widmen wir uns dem Tabellenführer der Regionalliga Südwest. Der 1. FC Saarbrücken ist die Mannschaft der Stunde nach sieben Spieltagen mit der perfekten Ausbeute. Sieben Siege und natürlich souverän auf Platz eins. Saisonrekord in Deutschlands Profi-Ligen. Da ist sogar der Trainer überrascht, wie gut sie dastehen. Da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, weil das Erste ist, was ich jetzt höre. Ich glaube, das sind alles schöne Nebenerscheinungen, klar, die man auch gerne mitnimmt. Aber am Ende des Tages geht es natürlich für uns auch immer wieder darum, sich nicht nur auf die Schulter zu klopfen, sondern sich immer wieder auf das Neue und auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ja, und das heißt heute gegen Hoffenheim, 8er Dreier am Stück. Und bei 8 mal 3, also 24, landen wir unweigerlich bei diesem Spieler, Sebastian Jakob. Der Mann mit der eingebauten Torgarantie. Trägt natürlich die Nummer 24 und hat schon 8 Tore erzielt. Ja, wenn das mal kein Zufall ist, Frank Grundhefer. Ne, in der Tat, das kann kein Zufall mehr sein. Sebastian Jakob ist im Sturm derzeit das Nonplusultra. 8 Treffer, darunter schon 3 Doppelpacks. Auch vergangene Woche in Mainz. Also viel besser geht im Grunde nicht. Heute sein Sturmpartner Markus Mendler, der ist nach Oberschenkelverletzung wieder fit, ersetzt den leicht angeschlagenen Gillian Jurcher, der so eine Pause bekommt. Der Klottner muss also wieder ein bisschen umbauen, bringt außerdem auf der Zehn Tim Golley für Kians Frös. Sein Team, der Tabellenführer in Blau und Schwarz. Erste Möglichkeit, dritte Minute Freistoß. Markus Mendler und der mit aufgerückte Christopher Schorch. 1,90 gehen da hoch, kommt aber nicht ganz hinter den Ball. Innenverteidiger Schorch bei Standards. Ohne Zweifel richtig torgefährlich. Die Gäste zuletzt mit zwei Siegen in Folge, darunter das beachtliche 3 zu 1 gegen Elversberg. Sie suchen jetzt auch mal den Weg zum gegnerischen Tor mit Ludwig. Dann Zellner mit Problemen gegen Ekener. Und Schorch ist da und klärt. Ja, der Tabellenachter versucht mitzuspielen, 13 Minuten vergangen. In Saarbrücken allerdings mit deutlich mehr Ballbesitz. Und dann folgt er. Der erste Auftritt von Sebastian Jakob. Bedient von Fanul Perdedai. Und da ist er, Sebastian Jakob. Der Versuch mit der Hacke. Der Ausnahmestürmer macht nach knapp 20 Minuten zum ersten Mal auf sich aufmerksam. Kann auch mal reingehen. Ein Saarbrücken. Dann nochmal Freistoß für die Gastgeber, die jetzt sehr dominant sind. Den übernehmend Tim Golley. Dann kommt Mändler an den Ball. Und bedient Manuel Zeitz. Tor. Nein, abgepfiffen. Sie haben es gehört. Und diese Entscheidung ist korrekt. Der Kapitän des FC Schubstschana. Der Einsatz zu heftig. Es bleibt bei 0-0. Saarbrücken steht aber hoch. Versucht ganz früh zu stören. Und attackiert. Oft in den richtigen Momenten. Das Beispiel hier. Jänneke. Durch die Beine von Fennell. Und Trilljaka vor die Füße von Mändler. Und dann macht er es. Das verdiente 1-0 für Blau-Schwarz. 28. Minute. Sie belohnen sich für viel Einsatz. Hoffenheim zu einer Reihe von Fehlern gezwungen. Und Markus Mändler hat freie Bahn. Der FC vorn. Und kurz nach der Führung. Es schüttet. Sie sehen es mittlerweile wie aus Kübeln. Ball läuft aber noch gut über den Rasen. Und beim FC. Markus Mändler. Und da verpasst er das 2-0. Es sind jetzt die Regenspiele von Völklingen. Schön rausgespielt diese Möglichkeit. mit Sebastian Jakob zu Markus Mändler. Und die Frage, was machen die Gäste? Sind zumeist in die Defensive gedrängt? Selten so zielstrebig wie hier. Dazu der Fauxpas von Zellner. Jan Ferdinand hat Platz. Schorsch kann noch verkürzen. Trotzdem muss Batz eingreifen. Und das sind Szenen, die Dirk Lottner überhaupt nicht gefallen. Auf der anderen Seite kann es aber auch seine Mannschaft. Sehr geradlinig. Mit Barilla. Dann Goller. Jakob. Perdedai. One-Touch-Fußball. Und Final Perdedai. 39. Minute. Er jetzt auf dem Weg zum 2-0. Wieder nicht. Trilljaka und Schörner retten. Wunderbarer Spielzug, den Final Perdedai nicht veredeln kann. Allerdings auch sehr gut der Reflex von Trilljaka im Hoffenheimer Tor. Und Markus Mändler, der beschwert sich auch noch, warum er nicht angespielt hat. Zur Halbzeit. Für Zerbrücken absolut verdient mit 1-0. Im Regenpark Hermann-Neuberger-Stadion gemütliches Anlass. Und dann haben wir ihnen mal eine Szene rausgesucht, die dokumentiert, wie Fußballspielen nach dem Seitenwechsel aussieht. Das ist mehr Zufall als alles andere. Der Ball rollt nicht mehr richtig. Die Spiele versuchen da immer wieder, den Ball nicht durchs Wasser zu spielen. Die Zuschauer sind auch nicht wirklich zu benahmen. Aber nochmal Ecke für Zerbrücken. Markus Mändler. Und hören Sie, es donnert mittlerweile. Dazu Blitze. Und dann Manuel Zeitz, 48. Minute. So, aber schauen Sie sich jetzt diese Bilder an. Manche versuchen sich im Toilettenhäuschen vor dem Regen zu schützen. Und dann hat auch Schiedsrichter Erbs ein Einsehen. Unterbricht das Spiel drei Minuten nach wieder ein Pfiff. Die Teams verschwinden in den Kabinen und die Bilder sprechen jetzt für sich. Und dann die Durchsage. Man warte eine halbe Stunde ab, um den Platz erneut anzuschauen. Und das geschieht dann auch der Unparteiische mit dem Balltest. Und der entscheidet. Das sind keine regulären Bedingungen. Er lässt schließlich den endgültigen Abbruch der Partie verkünden. Der Grund des Abpfiffs oder der Unterbrechung war eigentlich der Donner oder der Blitz gewesen. Und in der Zwischenzeit hat er sich überlebt gehabt, ob er nochmal anpfeift, der Ball nicht mehr richtig rollt. Hat es dann nochmal getestet nach circa 20, 25 Minuten. Und war der Ansicht nach gewesen, dass der Ball nicht mehr richtig rollt, sodass hier nicht mehr richtig gespielt werden kann. Seifz dieser Brücken, wir haben ihn glücklich oder hätte er lieber weitergespielt? Nein, wir hätten natürlich selbstverständlich gerne weitergespielt. Es geht noch 40 Minuten oder 44 Minuten, ich weiß es nicht genau. Wir führen 1-0 und hätten natürlich unter allen Umständen gerne weitergespielt. Allerdings konnten wir auf den Schiedsrichter so nicht einwirken, dass er das gemacht hat. Er war voller Überzeugung, dass das die richtige Entscheidung ist, abzubrechen. Jetzt die Zuschauer haben 30 Minuten ausgeharrt, bis die Entscheidung gefallen ist. Was bedeutet das jetzt für die beim nächsten Spiel, beim Wiederholungsspiel? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke schon, dass die Karten weiterhin ihre Gültigkeit haben, wenn sie das meinen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, das Aufeinandertreffen muss definitiv neu angesetzt werden. Keine alltäglichen Bilder in Völklingen. Was für ein Tag beim Regenspiel Saarbrücken gegen Hoffenheim. Und zudem erst mal kein weiteres Tor für Sebastian Jakob sowie keine drei Punkte für den FCS. Aber Sie haben es gehört, es wird einen Nachholtermin geben. Und das sind die Ergebnisse des achten Spieltags. Gestern verliert Ulm gegen Balingen mit 1-3. Gießen, Astoria-Waldorf 0-0. Bayern, Alzenau verliert mit 0-3 gegen Mainz. Saarbrücken, Hoffenheim abgebrochen. Elversberg verliert mit 2-3 gegen Homburg. Torlos Kickers Offenbach gegen Pirmasens. Der Balinger SC verliert gegen Steinbach-Heiger mit 1-3. Und Ahlen-Koblenz ebenfalls torlos. Freiburg gegen Frankfurt am 18. September. Und dann schauen wir natürlich noch auf die Tabelle drauf. Und sehen, dass der 1. FC Saarbrücken weiter oben bleibt. Zwei Punkte Vorsprung jetzt noch auf Steinbach-Heiger. Elversberg bleibt ebenfalls auf der 3. Und dann suchen wir natürlich noch den FC Homburg auf Platz 6. Und wir gucken natürlich auch noch runter Richtung Abstiegszone. Da geht es los beim Balinger SC. Dann Gießen. Und ganz unten etwas weiter abgeschlagen. Balingen, Pirmasens und Rot-Weiß-Koblenz.